Viewer Discretion is advised. Hubs USA, der da heißt GG, also angelehnt an Good Game wahrscheinlich. Falls ihr aber einen zu 100% legalen Gaming Booster kaufen wollt, dann checkt gerne mal die Beschreibung ab. Dort findet ihr Gaming Booster aus Deutschland, die ich euch auch wärmstens empfehlen kann. Jetzt aber zu diesem Gaming Booster. Ich übernehme mal so ein paar Kriterien oder vielleicht auch alle Kriterien, die ich in einer normalen Review nutze. Los geht's mit dem Versand. Ja, der Versand hat mehrere Wochen gedauert, wie es dann halt so aus den USA ist und war auch nicht ganz so günstig. Also das fand ich natürlich schon mal nicht so gut. Dann zum Geruch, also oder vielleicht erstmal welche Geschmacksrichtung habe ich überhaupt getestet. Ich hatte einmal Drachenfrucht, dann Blaubeere und dann noch Orange. Vom Geruch her, also das Pulver an sich riecht wieder relativ neutral. Das von Orange erinnert mich irgendwie an eine Brausetablette, also jetzt nicht so toll. Nach dem Shaken riecht es eigentlich ganz gut, also Drachenfrucht fand ich eigentlich sehr lecker. Orange geht auch so ein bisschen in die Richtung von Orangen-Limonade, also Fanta. Ich blende euch auch mal ein paar Bilder ein und zwar erstmal von dem Pulver, wie das aussieht. Sieht eigentlich relativ unspektakulär aus, ist eigentlich einfach nur graues Pulver, sehr fein. Nach dem Shaken sieht das sehr knallig aus, also von den Farben her sehr farbintensiv und sieht eigentlich auch sehr gut aus. Auch die Löslichkeit ist, kann ich ja schon mal sagen, sehr, sehr gut. Was jetzt aber wahrscheinlich deutlich interessanter ist, sind die Inhaltsstoffe. Was sehr gut zu sehen ist, ist, dass viele Vitamine drin sind, also Vitamin C, Vitamin B6, Vitamin B12. Von Vitamin B12 sind zum Beispiel nur 8% der empfohlenen Tagesdosis drin. Bei Vitamin C sind es schon 100% und bei Vitamin B6 300%. Das ist, wie gesagt, immer so nice to have, aber kein must have in einem Gaming Booster. Dann natürlich ist auch wieder Koffein drin und zwar 100 Milligramm pro Portion, was sehr, sehr schwach ist. Also zum Beispiel die kleine Portion von Level Up oder Fesky haben 125 beziehungsweise 150 Milligramm Koffein pro Portion, was ich auch schon relativ schwach finde. Dann ist dort ein Nootropic Antioxidantienmix drin von ungefähr 64 Milligramm. Da ist dann sowas wie Kigelia Afrikaner drin oder im Deutschen wird das auch Leberwurstbaum genannt. Kein Scherz, könnt ihr gerne mal googeln. Das Ganze hat eine entzündungshemmende Wirkung, was in einem Booster jetzt nicht nur komplett nutzlos ist, sondern die Wirkung wurde bisher auch nur im Laboren getestet. Es kann also sein, dass es in Supplements überhaupt gar nichts bringt. Dann haben wir noch sowas drin wie Balmudan, also irgendwie ein weißer Tee. Das ist auch ein wirkungsloser Inhaltsstoff, denn damit dieser Tee-Extrakt überhaupt seine volle Wirkung entfalten kann, braucht es eine Temperatur von mindestens, ja so circa 70 Grad. Ja, jetzt fragt ihr euch, ja da sind irgendwelche Tee-Extrakte drin und irgendwas, was ja wohl anscheinend gar nichts bringt und Koffein ist auch viel zu wenig drin. Warum ist das Ganze jetzt in Europa oder gerade in Deutschland überhaupt verboten? Nun, das liegt an der nächsten Zutat und zwar ist das Nopept. Also ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Falls nicht, könnt ihr mich da gerne korrigieren. Nopept ist wie gesagt ein Nootropica. Das hatte ich ja auch schon mal in früheren Videos angesprochen, was das überhaupt ist. Nochmal so als kleine Wiederholung für euch. So ein Nootropica soll eine vorteilhafte Wirkung auf das zentrale Nervensystem haben. Meist dann auch ohne wirklich nachweisbare Langzeitnebenwirkungen, also was ja auch was Positives ist. Jedoch wirklich bewiesen ist das nicht oder zumindest nicht bei jedem Stoff. Stoff klingt so ein bisschen komisch, aber ihr wisst, was ich meine. Es gibt auch eine sogenannte rote Liste in Deutschland, in der alle Humanarzneimittel und Medizinprodukte aufgeführt sind. Oder ich glaube die meisten. Die dann auch erlaubt sind. Dort sind auch ein paar Nootropica zu finden. Das einzig pflanzliche ist, glaube ich, Ginkgo. Das kennt ja jeder. Aber es gibt auch einige chemische, wie Modafinil, was ja gegen Narkolepsie, also gegen eine Schlafkrankheit hilft. Das ist aber rezeptpflichtig. Und Nikotin zählt auch als Nootropica. Wie jeder weiß, ist das ab 18. Also das Nikotin erhält man ja in Zigaretten zum Beispiel. Das Nopept, das im Gaming Booster drin ist, ist aber nicht in dieser roten Liste aufgeführt. Und somit befinden wir uns hier in einer rechtlichen Grauzone. Denn offiziell ist ja nicht aufgelistet, also auch nicht wirklich erlaubt. Aber wirklich straffällig ist es jetzt nur, wenn man es beispielsweise dann kiloweise irgendwie in Deutschland verkaufen würde. Aber jetzt die paar Milligramm, die ich haben würde, da lacht ja der Staatsanwalt eigentlich nur. Jetzt aber vielleicht nochmal konkreter zu dem Inhaltsstoff. Also was soll das überhaupt bewirken? Und habe ich da überhaupt dann was gespürt? Also Nopept soll die Gehirn- oder die Gedächtnisleistung als auch die Konzentration und das Lernvermögen verbessern. Habe ich etwas davon gemerkt? Naja, da Proportionen so schädungsweise vielleicht nur 10 Milligramm davon drin sind, habe ich eher nichts gemerkt. Also klar habe ich mich ein bisschen besser gefühlt, aber es war jetzt kein richtiger Push. Und vielleicht war das, was ich gemerkt habe, jetzt auch nur ein Placebo-Effekt. Also, dass ich mir eingebildet habe, ja, ich fühle mich jetzt besser, weil halt dieser Stoff drin ist. Aber selbst wenn ich einen Placebo-Effekt gehabt hätte, wäre dieser nur eigentlich sehr schwach gewesen. Oder es war halt wirklich nur sehr schwach. Okay, vielleicht dann nochmal kurz was zum Geschmack. Wie schmeckt das Ganze überhaupt? Schmeckt das wenigstens gut oder nicht? Also ich finde, es schmeckt extrem süß. Also wirklich alle Geschmacksrichtungen sind ziemlich süß. Als Süßungsmittel ist dort wieder Acesulfam-K und Sucralose drin. Und das Ganze schmeckt auch ein bisschen künstlich. Also auch Orange schmeckt, wie gesagt, also riecht nicht nur wie eine Brause-Tablette, sondern riecht halt auch so. Der Geschmack hat mich jetzt nicht wirklich umgehauen. Wie gesagt, die Wirkung war nichts besonders, kaum spürbar. Kommen wir jetzt dann noch abschließend zum Preis-Leistungs-Verhältnis. Eine Dose kostet etwa 35 US-Dollar. Dazu kommen dann natürlich auch noch sehr hohe Versandkosten, da das Ganze ja aus den USA kommt. Eine Dose liefert angeblich 60 Portionen. In meinem Test hatte ich aber immer zwei Portionen auf einmal genommen. Und wie gesagt, die Wirkung war aber sehr, sehr schwach, selbst bei zwei Portionen auf einmal. Man kann also sagen, das Ganze ist ziemlich überteuert für das, was man da kriegt. Da kaufe ich mir dann lieber eine Koffeintablette, die dann auch 100 Milligramm Koffein pro Portion oder pro Tablette hat. Und habe dann ja dieselbe Wirkung eigentlich. Das Fazit ist, von der Farbe und von der Wirkung her geht es irgendwie auch in die Richtung vom X-Gamer-Booster. Den kennt ihr ja vielleicht noch. Den habe ich ja auch reviewt. Die Wirkung war sehr schwach, beziehungsweise war fast keine Wirkung. Ja, die Wirkung, die ich da hatte, war vielleicht auch nur ein Placebo-Effekt. Ob es wirklich zu 100% illegal ist, kann ich jetzt eigentlich auch nicht wirklich sagen. Beim Gras ist ja zum Beispiel auch so, dass der Konsum ist ja nicht illegal, aber der Verkauf und der Besitz schon. Und beim NoPep ist es vielleicht auch so, dass man es zwar besitzen oder konsumieren darf, aber der Weiterverkauf, gerade als Unternehmer oder als Privatperson, ist nach deutschem Recht meines Wissens nach verboten. Man findet auch im Internet keine deutsche Seite, die dir das jetzt als Supplement verkauft, sondern nur Seiten aus England zum Beispiel, die dann sehr deutsch aussehen, sage ich mal. Also die Seite sieht sehr deutsch aus und die haben da wohl versucht, so ein bisschen das Gesetz zu umgehen. Ich hatte auch schon mal in meinem vorletzten Video erzählt, dass Gamer Subs Deutschland ja den G-Fuel und den Gamer Subs USA Gaming Booster nach Deutschland bringen wollte, aber es ja an gesetzlichen Hürden gescheitert und deswegen hatten sie ja ihr eigenes Ding gemacht. Natürlich dann auch nach deutschem Recht. Und einer der Gründe, warum sie, also warum Gamer Subs USA dann nicht nach Deutschland, sage ich mal, konnte, war dann sicherlich wegen den Inhaltsstoffen wie jetzt zum Beispiel NoPep. Ja, auf jeden Fall trage ich aus eben genannten Gründen diesen Gaming Booster nicht in meine Rangliste ein. Das ist auch das erste Mal, dass ich einen Hersteller dann nicht verlinken werde, einfach weil ich den nicht wirklich empfehlen kann und ja, weil es auch jetzt nicht wirklich offiziell erlaubt ist mit den ganzen NoTropika. Wie bereits am Anfang gesagt, findet ihr aber in der Beschreibung Links zu Gaming Booster, die ich euch auf jeden Fall empfehlen kann, die auch aus Deutschland sind und somit auch legal. Checkt das also gerne mal ab. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like und ein Abo da, aktiviert die Glocke, haut rein, bis zum nächsten Mal Leute und tschüss.